Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für süß-sauer eingelegte Cocktailtomaten. Eingelegte Gemüse ist immer wieder lecker als Beilage zu gegrilltem, am Buffet oder auch einfach zu einer kleinen Jause bzw. zum Snack. Besonders lecker schmecken da die süß-sauer eingelegten Cocktailtomaten, die sich bis in den Winter halten. Für 5 Gläser A800 werden folgende Zutaten benötigt. Cocktailtomaten 2 halbe Kilogramm kleine, vollreife Cocktailtomaten 3 Knoblauchzehen 2 frische rote Chilischoten 5 schöne Zweige frischen Rosmarin 5 schöne Zweige frischen Thymian Einlegesud 150 Milliliter Wasser Liter milden, guten Weißweinessig 350 Gramm Zucker Folgende Utensilien werden benötigt. Scharfes Messer Frischhaltefolie Zubereitung Vorbereitung Die Cocktailtomaten waschen, gut trocken tupfen und von den Rispen zupfen. Den Knoblauch schälen und in feine Scheiben schneiden. Die Chilischoten halbieren, das Kerngehäuse entfernen und in feine Streifen schneiden. Den Rosmarin sowie Thymian waschen und gut trocken schütteln. Süß-sauer eingelegte Cocktailtomaten Das Backrohr bei Ober-, Unterhitze oder Heißluft auf 95 Grad Celsius vorheizen. Den Bratentopf mit Wasser füllen und auf der untersten Schiene auf einem Backgitter einschieben. Den Essig, Wasser mit dem Zucker in einem Topf zum Kochen bringen. Währenddessen die Cocktailtomaten abwechselnd mit dem Knoblauch sowie Chili-Fäden in die vorbereiteten Gläser möglichst dicht, nicht ganz bis zum Rand, einschichten. In jedes Glas einen Rosmarin- sowie Thymian-Zweig stecken. Die Gläser mit dem Essigsud aufgießen, bis diese vollkommen damit bedeckt sind. Dann die Gläser sofort fest verschließen. Die gefüllten Gläser in das Wasserbad im Backrohr stellen und für etwa 30 Minuten bei 95 Grad Celsius konservieren. Dann den Herd ausschalten und die Tür öffnen. Die Gläser im Wasserbad langsam auskühlen lassen, um ein Zerbersten des Glases zu verhindern. Beim Herausnehmen im heißen Zustand kann es durch das Zerspringen des Glases zu schweren Verletzungen kommen. Nach dem Auskühlen die Cocktailtomaten je nach Wunsch genießen. Haltbarkeit Dunkel und kühl gelagert halten sich die eingelegten Cocktailtomaten einige Monate bis zu einem Jahr. Nach dem Öffnen des Glases das Russenkraut am besten im Kühlschrank aufbewahren. Solo als Antipasti oder Beilage für Grillpartys oder auf dem Buffets bei einem Fest. Frisch gebackenes Baggett, Ciabatta, Pide, Weißbrot und so weiter. Eventuell die Brotscheiben in etwas Butter oder Olivenöl mit einer zerdrückten Knoblauchzehe geröstet. Besonders lecker als Beilage zu Besonders gut zu gebratenem oder gegrilltem Meeresfrüchten oder Fischgerichten. Gebratenem, gegrilltem oder gedünstetem Rind, Schweinefleischgerichten oder Geflügel. Schinken, Speck, Fleisch, Käse und so weiter. Diese Varianten gibt es. Schinken, Beilage, Bedürfisch. elo del